Herr und Frau Lieb, ihr seid die Eltern von Manuel, der gerade im Hintergrund am Arbeiten ist, an der WorldSkills. Ihr seid extra nach Brasilien gereist. Wie ist das, wenn der eigene Sohn an der WorldSkills mitmacht, an der WM, der berufe? Es ist natürlich phänomenal. Es ist ein super Gefühl, dass er nur schon so weit gekommen ist. Und es freut uns natürlich, diesen Weg, weil er schon so weit gekommen ist, dass wir diesen Weg mit ihm auch so weit gehen. Vielen Dank.